So neue Folge LOL Ich zocke nochmal mit Katharina Christian ist auch mit dabei Der zockt noch Ich muss sagen auch ein richtig geiler Char Den möchte ich auch unbedingt nochmal spielen Christian wird es oben mit Timo zu tun haben Ich werde gegen Ezreal spielen Wir haben noch hier Nocturne im Team Als Jungler Und Vayne geht mit Yana Unten auf die Bot Lane Yana nur als Supporter Das ist die Teamaufstellung des Gegners Jax, Miss Fortune, Blitzcrank Timo und Ezreal Joa Ach genau für alle die Attacken von Hier Minatus noch nicht kennen Müsst ihr einmal kurz das Video stoppen Aber jetzt habt ihr es alle einmal gesehen Ich habe mich entschiegt Wir warten da 100% Der eine kommt von rechts Der eine kommt Ezreal Ja 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versand Aber unauffindbar für Feinde Hm, echt ne gute Frage Kein zurück Boah da ist die Miss Fortune Das ist aber auch Ezreal Das ist aber auch Ezreal Das ist aber auch Ezreal Die stehen hier zu zweit Die wollen klauen Ja, Wain kommt aber auch Die Vasallen sind erschienen Wo sind die denn? Da sind sie Nur Narren zögern Und zurück Alter, was macht ihr denn da? Oh Mann Alter Warte mal kurz Scheiße, hab ich mal Festblatt gekriegt Alter, wie das hier schon abgeht bevor dein Spiel überhaupt anfängt Oh ja Oh, schade die Miss Fortune hat nichts mehr gehabt LOL Ich hab mein Disco Das ist nicht so schlimm Die hauen gerade ab Okay, bei mir bin ich gestorben Ja, du bist gestorben Alter, ich hatte mein Disco Versuch, Verbindung wiederherzustellen Haben wir denn grad halb 3? Ne, Leute, wir haben doch erst 2 Uhr Ja, wir haben 2.36 Uhr Wir haben Arsch, wir haben 1.58 Uhr Äh, ach ja, stimmt Das war Das war die 2.36 Uhr Ich hab immer noch versucht, Verbindung wiederherzustellen Ja, dauert manchmal ein bisschen Alter, was ein Scheiß Da ist Timo, Alter, was macht ihr denn da? Schmini mehr, mal ganz kurz, kurz die Ausnahme Der Timo Immer noch versucht, Verbindung wiederherzustellen Ich hab heute nochmal geguckt Sonst ist auch alles da Und alles richtig, wie ich sein müsste Ich hab ne Ping von 500, ey Aber wahrscheinlich ist die Anzahl genug, falls Ich hab mal schnell das Spiel neu Ich bin sofort wieder da So, ich bin am neuen Laden Christian macht jetzt mal ein bisschen den Radiokommentator Wahrscheinlich Timo hatte wohl auch ein Disconnect Ich musste grad komischerweise auf einmal den 270 Megabit Patch runterladen Ja, auch keine Ahnung wo die haben wir mal herkommen Jetzt ist Timo's auch wieder da Jetzt macht ihr hier Stress mit Schön ist, dass die beide gerade voll pushen Timo Level 3 ist Timo Level 3 ist Alles klar Die sind von der Pornos, ne? Also Jax hat sich wieder verzogen, glaub ich Sehr gut Leute, mein Spiel ist auf einmal in Englisch Na scheiß doch Das wird jetzt nicht mehr geändert Das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm Ich hab bei zwei Assists gemacht Mit Level 4 Gehört sich wirklich cool an Na ist was oben Ohohohoho Da hat der mich mit dem Multi getropfen Halbes Leben weg Ja, ich hab Timo auch mit dem Multi Habe ich hier mit her geschossen Hahahaha Mal geil Alter, hat der mich einmal getroffen mit dem Multi Mal vorbei Fünf Grips habe ich schon Leck mir die Eier Oh Gott Oh Gott Ja, ich brauch ein bisschen Babysit in der Mitte Ja, der gleiche oben Ja, der gleiche oben Der hat auch Babysit Ja, der gleiche oben Der hat auch Babysit Ja, wir sind die englischen Sprachausgaben viel cooler Die Deutschen Ohja Ohja Jax war gerade oben, ne? Der könnte jetzt in die Mitte kommen Mhm Ready for trouble Oh Timo ist auch schon Level 5 Der ist nur noch 3 Level hinter mir Sehr schön Nacktschön hat 4-1 Sehr schön Oh, okay Ich versuche einfach nicht zu sterben Alter, der macht so viel Oh Gott Boah, leg mich am Arsch You have been slain Ja, ich weiß Der ist deine Mutter, Junge Deine Ruhe und Mutter Consumables Lauf doch, Schlampe Jetzt umdrehen und nochmal schlagen Aber ich kann den erreichen, finde ich Ah, die geht eigentlich Hat halt ein bisschen Schuss, der Junge Alter, was ein Start Legt man die Eier Weiß man, ist so tricky los Und dann machen die Disconnect Entschuldige damit quasi Piss dich Timo, Alter Der mit so nem Blindschuss vorab Mir fehlt halt echt die Reichweite, du bist halt die Scheiße Auf kurz oder lang, bitte mich so platt machen Komm mal hoch Hat er schon gepilzt, weißt du da unten? Ne, der ist Level 5 Das ist jetzt Level 6 Ja Jetzt ist er Level 6 Ok, da steht oben mit dem Busch drin Sollen wir reingehen? Ja, ich geh mal hin, mal gucken Das war zu früh Das war zu früh Ah, das stimmt vor Nicht Scheiße Ich habe ihn getötet Ich habe ihn getötet Ich habe ihn getötet Du bist nicht so großartig. Ich werde direkt drauf zulaufen, nur ob du Bescheid weißt. Also quasi durch und los. Scheiße. Geht jetzt viel zu schnell. Weil der in Bus, doch hat er auch. Geht's drauf? Das ist dein Bus, oder? Oh, ja, doch nicht. Ich wollte nur sagen, der läuft hinterher. Warum? Weil ich kann. Der war noch nicht einmal hier oben. Der ist gehört unten. Na, der ist immer war da unten. So, weil er macht das Gift, nämlich Damage. Von dem Bobo her, ja. Oh, Alter. Oh mein schon. Bolid, mein Mast. Oh, Alter. Oh, Alter. Nur die Böse haben ihn geholfen. Timo kommt nicht helfen. Doch Timo kommt helfen. Dein Turret hat getrunken. Okay der kommt wieder hoch dann Timo. Der war doch die ganze Zeit oben, äh unten am Genken. Wieso kann denn unser Tor jetzt Tor sein? Ach man. Könnte der sein, dass er sich grad rot holt? Blau? Könnte ich sein. Ready for trouble? The Timo ist weg. Oha. Oh ne. Ah der Junge ist jetzt nicht mal mehr am Last hitten oder? Es ist mit. Loil. Alter kam der angeflogen, liegt mich fett. Nice. Sehr nice. Äh sehr nice. Was wollte ich mir kaufen? Magic. Ability Power. Catch of luck. Cool. Dann kann ich mich stiefeln auch noch direkt hinterher. Ja. Oha. Wieso hattest du so viel das kleine Timo? Na gute Frage. Nice. Ich hab da oben den Turm kaputt gemacht. Ja. Das ging umwie ziemlich fix. Also Nocturne kloppt ganz gut auf Türmchen ein. Also Nocturne kloppt ganz gut auf Türmchen ein. Die Timo hat den Drägen gesammelt. Okay. Oh Gott, die sind da unten ja alle. Ohja. Jetzt laufen wir den wieder entgegen Von oben einmal rein Kann ich stunnen Und das Timo noch Guck mal ob ich den krieg Da ist er Da ist noch einer Musch Scheiße Also heute noch kurz fest ich kann Ostern Weg da weg Alles klar ich hab noch Ich hab rot und blau gekriegt Das ist ein HP Oh nur Miss Fortune macht sich voll in der Mitte Boah lebt mir am Arsch Gebe ihm Dafür hab ich meinen Ultifahrball hat Fick dich das steht im Pilz Ja ich weiß aber es steht Neben dem Tower Ja ja das wär gut Wir haben schon 3, 2, 1 Und schon 3, 2, 1 Kann nicht wahr sein Komm schon Ich bin mein Ende noch Und nicht Stats Ja genau falls ich mich auf 100er Ist falsch Ich bin mein Flas Ich bin mein Flas Ich bin mein Flas manche könnten wir da auch ohne probleme da würde ich nicht rum da kommt der blitz jetzt kommt der blitze zu uns ich brauche kein blau noch nicht stehen hier irgendwo im bus ja die stehen da im bus er ist auf es real oder er ist auf was hier kommt der blitze noch die kann verfolgen müssen oder ist ja noch ein team wo kommt der denn her alter rennschlampe alter ist ja schnell bei den linken was ein homo der homo ist weg ha ha ja blablabla der 3 9 habe ich voll der supporter gerade so potten so besser wenn wir dann zwei leute haben mit blau oder nicht nur noch zum meckern schenzi wieso komme ich mir nicht gerade so viel api wenn ich wenn wir jacks miss fortune hier ziehe ich mich doch mal ja ich wesse dir da im bus steht das war zu früh jetzt habe ich keinen leben mehr und die sind am tower müssen wir weg ich habe einen leck schon wieder da darf ich gerade die ist darum du bist tot alter was war das denn jetzt mit einer 21er ping vor allem bei mir läuft irgendwie glaube ich auch noch richtig rum hallo jetzt bist du das kommt machen wir gehen was macht denn der verzweifte denn kommt den option denn noch da rein meine damen herren wir sind ja extrem interessantes stand building geht richtig ab richtig Boah, Alter, Vater Nix passiert Hörst du mich noch? Mhm Tja, machen wir jetzt Das war, was ich vorhin auch schon gemacht habe Nochmal neu laden, bis sofort Alter, fick die Henne, endlich bin ich wieder dabei Aber ich kann nicht ahnen, wie viel Level ich jetzt schon wieder verloren habe Schon wieder Disconnect Fickt doch den Arsch, kann nicht wahr sein Jetzt habe ich zwei Devs von vier durch Disconnect in dem Game Aber nice Wir stehen in der Level, 15 Weil ich es kann, bla bla Okay, wir machen gerade den Drachen, sehr gut Wir machen gerade den Drachen Wir machen gerade den Drachen, auch noch besser Wir haben gerade den Drachen gemacht Was ist mein Farm? 55 ist mein Farm Leck mir die Eier Ah, ist ja gut Auf Ärger aus Genie im Sack Group am Arsch, Junge Die rennen auch nur noch In Gruppen rum Zwei Level Was macht die Janna denn da jetzt? Blitzen Blitzen, Blitzen wieder einfangen Jetzt engage die Teemo ok wird sie mal mit leute der mensch spielte also die muss falsch gemacht viel zu viel der mensch und da sind vier ist ja auch ziemlich gut gefedert war also die einzige die daran ist und was kann reicht ja jetzt noch zu nacher direkt eigentlich intelligent jetzt machen wir ja ja ich muss auch noch manche Und die anderen steht bei uns in der Blase. Gar nichts. Hat sich grad magische Sicht gekauft. Sehr gut. Ja, was soll die machen? Die Supporter. Wollen wir einen Cutter fokussen? Ich bin Cutter. Okay, mal rüber. Nice, Jax. Ah, Jax ist ein bisschen am Frieden mit 07. Und schön ist, dass die mit ihrem Nasher gerade zumindest nix machen. Ja, wenigstens reißen die damit nix. Immerhin. Alter, Level 5 ist ja nicht. Wollen wir wieder ein bisschen rüber. Wollen wir uns jetzt wirklich fortstellen? Klar, warum nicht? Noch lange weg, bis wir da sind. Wahrscheinlich ist es so, ja. Wollen wir uns jetzt wirklich fortstellen? Wollen wir uns zögern. So. Lass uns tanzen. Die kommen runter. Die kommen runter. Alter. 878 Damage. Hat die Missfortstimme gedrückt. Leck mir das Nüsschen, ey. Da ging ja nix mehr, ey. Da war ja dicht. Ja, der müsste geben. Auf jeden Fall. Nice, dass sie gefangen. Ne, die hatten, die hatten die Dings. Ja, schön. Weil alle haben von uns geschafft. Ja. Okay, wir haben nicht mehr genug Leben. Die sind fast voll. Komm da weg. Also, was macht der Nutz schon denn da? War ja unnötig. Das war mega unnötig. Das war doch gewohnt. Boah, ey. Harmer. Na, jetzt muss ich den Tummel aufgeben. Gegen vier Mausch da nix alleine. Ich mach das nicht. 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 Also, wir werden runter. Und gehen noch einmal. Team Fortress, äh Team Fortress. Genau. Weißt du noch schon, sagt uns, wir sollen zurückkommen. Soweit derjenige, der als erster wieder da rein rein will. Blut vergießen, beginnen. So zu rot gehen. Vielleicht sind die hier noch. Da kommt nämlich Miss Fortune schon wieder. Die gehen zum Drauchen. Naja, das stehen die wohl. Die haben ich schon gemacht. Die kommen unten rum. Ich habe mich entschieden. Sehr schön. Ja, geh doch oben. Haben die jetzt alle so einen scheiß Schutzengel? Nee. Nee, noch mit Jackson ist Fortune. Ja, Jacks braucht den unbedingt. Ich muss mir jetzt hier schon nochmal Creeps holen. So mega underfarmt. Was ist die Fortune schon? Oh, was macht der denn da? Der weiß doch, dass er das alleine nicht. Ohhhh, Alter. Ohhhh. 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 Warum weckt das? Fortune gegen mich. Guter Tat. Oh, Jacks. Der hat immer noch seinen... Ja genau. Jetzt bleibt wir ein bisschen dran stehen. Sehr gut. Na, der hat versucht auch noch wegzurennen. Das tut das doch so nix mehr. Na, jetzt haben wir uns geacet. Der hat extra 4 in die Nuss. Also die Engages von dem Nocturne verstehe ich teilweise nicht, ja. Ja, ich auch nicht. Da rusht er einfach mal nach vorne um sich Miss Fortune zu snacken und dann steht er da alleine rum. Kein Zurück. Da haben wir eigentlich ganz gut angefangen. Mittlerweile liegen wir hinten. Ja, bei mir 513 sogar. Ich muss das riskieren. Oh, wenigstens ein bisschen aufhalten. Scheiße. Oh, Vane ist echt geil, ey. Zwei Discos, wie mich das anguckt. Ich bin Wayne. Oh, der hat 310. Jetzt haben wir scheiße. Fuck, ey. Na, schau es wieder ab. Ja, genau. Gehen wir jetzt hin und liegen denn, oder was? Jetzt nehmen wir die da oben. Gehen wir wieder drauf. Könnten wir das Fortune holen. Alter, boah. Von... 안. Ja, das Ding. Ich glaube nicht, H powder Sie sind untenräum. Ich glaube nicht, dass wir noch brauchen. Dass wir zutaten und nicht und erstrakt haben, wir sind zum Beispiel nicht zu werfen. Ach so, das ist eine Idee. Das stimmt, das ist eine Idee. Wenn das spiel, wenn das ist, und es ist nicht zu werfen. darf nicht wahr sein wie viel damage der mittlerweile macht der wix jacks der jacks hat 3 7 also es reale missfortunen richtig reinnehmens fortune ist gerade aus ihrem schutzengel aufgestanden und hat mich dann tot gemacht das habe ich mit dem alter er nix ist aus aber verloren mann wir ja nix mehr dran und da beide frügel die uns richtig hart weg also wie derbe unterlevel ich bin 2 level das irgendwie nicht fangen ja sicher wir laufen jetzt zu nischach doch behindert ich liebe es auf den punkt also wie die mich runter lässt die macht einfach so mega viel damit das ist ja wahnsinn also wenn die wieder aufsteht klopft die euch weg die wirkliche weiter wollte gar nicht mehr hinlaufen da komm her blitz hier komm du bleibst hier den sack oh gott dann der es real knippelt ja genauso viel raus tja verloren war scheiße zwei diskos fick die hände ja ja